Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4 zusammen mit der Spalette. Abonniert am besten beide Kanäle, um keine Folge mehr zu verpassen oder schaut in die Playlist. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß. Ich glaub mir geht's nicht gut, Spalette. Oh, mein Junge. Ich verwahrlose immer mehr. Allgemein geht's uns nicht so gut. Ich mein, was ist das hier? Da hinten sind stinkende Menschen, die irgendwie alt werden. Und da ist ein kleiner Fernseher. Was will ich damit? Der ist echt ein bisschen zu klein. Unsere Zuschauer lachen uns aus, Manuel. Erbärmlich. Boah, vor allem, wie viel Potenzial diese Wohnung noch hätte, was man hier reinbauen kann. Und wie viel ich weggelassen habe. Also man merkt schon, dass hier echt ein Schlafzimmer fehlt. Ich geh mal kurz ins Bettchen. Möchtest du den Leuten vielleicht nochmal erklären, warum du draußen schläfst? Ja, als Strafe. Als Strafe dafür, dass ich zu schlecht dafür bin, 5000 Punkte zu bekommen. Du brauchst 10.000. Oh. Ja, aber da merkt man. Ich mein, ich hab 1500 für den Jugendtrank ausgegeben. Aber ich hab einfach nichts erreicht bisher. Warte mal, wir machen mal. So, ich kopier das mal. Und dann hab ich ne Tür. Und kann zu meinen Freunden gehen. Tür, da fängt's an. Tür abschließen für jenen außer Manuel. Die Frage ist, ob's sofort aktualisiert wird. Ja, ja, ist es. Sag mal, hör doch auf. Was denn? Was ist denn los bei dir? Ich muss langsam ne Familie starten. Ja, Jade ist ja da. Nein. Du hast, du hast Jade madig gemacht. Ich hab sie nicht geheiratet. Nee, ich hatte Jade schon mal. Das stimmt. Das klingt auch richtig. Ja, Jade schon mal. Ja, brauche ich nicht. Nein. Ey. Sie ist schon wieder ein Rentner. Oh, Alter. Boah, ist die geil. Alter, wie sie aussieht, ey. Selbstständig um ein Selfie bitten können. Einer hatte auch die Theorie, dass es damit zusammenhängt. Wo ist denn das? Nicht anfassen. Hast körperlichen Kontakt zu Fremden. Aber man kann das ja auch wegsüppeln. Ich glaub, ich muss mir einfach was reinpfeifen. Aber wie dumm wär das denn? Das würd's aber erklären. Tschüss, Marotte. Da. Zack. Ja. Bin einmal saufen. Trinken. Ah. Danke. Sag, was ist das da? Energiepromiserum. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich mach das jetzt ganz kurz. Ich geh jetzt einmal ganz kurz hier weg. Aber komm. Gehen wir zum Studio. Was ist, wenn du da nochmal einen Nidenkrieg machst? Ja. Dann kommen eigentlich echt viele Fans, ne? Da. Sie ist... Hab ich gerade ein Nein gesagt? Warum? Ich sag immer Nein, wenn sie mich... Die Selfies? Ja. Nee, einmal vor... Da. Ich hab's. Eins von drei. Dina Caliente. Oh, ey. Sie bieten mir einen Job an. Als E-Sportler. Warte mal. Rang 5. Nee. Ach, was soll's. Ich will erstmal hier meine Sache für die haben. Ich hab das Gefühl, ich müsste zu neuen Fans, damit die mich wieder aufgeregt fragen. Da. Fragt mich irgendwas? Und ich glaube, das war ein Ja. Hä? Aber... Hä? War das einfach nur eine Unterhaltung? Ja, zwei von drei. Bei manchen zählt's, bei manchen nicht. Alter, das macht keinen Sinn, ne? Da heißt der Manuel. Manuel Winter. Manuel. Das muss Schicksal sein. Das ist er. Das ist er. Komm schon. Äh. Du hast mit ihm kein Selfie gemacht. Ja, ich weiß. Ich hab auch irgendwie nie mit ihm geredet. Brandenburg. Sollen wir ihn gehen? Okay. Er ist meine Rettung. Er ist meine Rettung. Aber ich dachte, Manuel wäre deine Rettung. Nee, scheinbar nicht. Aber er ist der Auserwählte. Ja, eben. Er war auch mein erster richtiger... Das war ein richtiger Stalker. Der ist einfach zu uns nach Hause gekommen. Genau, ist kein Fan mehr. Okay. Ich bin raus. Oh, morgen. Hallo. Selfie mit Fan machen. Siehst du? War gar kein Fan, aber egal. Ist sie jetzt für die Lösung? Nein. Ne. Schade. Das ist doch nicht wahr, ne? Die kennen mich alle nicht. Ich bin Weltstar. Leute, kommt mal auf euer Leben klar. Okay, dann geh ich hier mal weg. Gleich hab ich's. Keine Angst. Hallo. Ey, Manuel. Er ist kein Fan mehr. Ey. Oh, Seniorin. Und? Ja, danke. Ja. Positive Reaktion auf ausgelösten Jubel erhalten. Drei Autogrammkarten. Danke, Gott. Alter. Ich hätte einfach nur geweint, wenn das jetzt nochmal mit Selfies gewesen wäre. Ja, noch ein Autogramm, bitte. Ja. 25 positive Reaktionen auf ausgelösten Jubel erhalten. Also einfach... Einfach feiern. Ja, warte. Komm, Junge, das schaffst du doch. Ja. Aber du fällst gleich um. Ich weiß. Viel Jubel so... Oh. Boah, Alter. Wenn du da jetzt mal richtig abgehst. Komm. Und? Acht. Ne, es müssen neue sein. Okay, überleg mal. Wo sind die meisten Menschen? Eigentlich hier, oder? Ja. Oder in der Disco? In der Disco? Wo war die? Ja, aber da sind dann wieder keine Fans, oder? Ne, ist egal. Jubel ist Jubel. Da, oder? Aufstrebender Hotspot. Da ist die Tanzparty auf dem Leser. Hallo? Äh. Ja. Musst du echt ins Bett eigentlich, ne? Bin auf der Couch. Ja, das ist ja nicht so erholsam. Ja, aber hier ist ja kein Bett. Stimmt. Vielleicht geht er in die Party ab. Oder kommen echt welche? Ja, komm, warte mal, bevor ich hier einmal dahin gehe, Manuel. Und für Jubel sorgen. 12, 13, 14, 15. Ja, da kommen doch jetzt nochmal Leute. Ja, ja, ja. 23. Komm, komm, komm. Noch einmal, bitte. 24. Nein. Zählt ihr das noch? Bitte. Jetzt stelle auf. Ich weiß, ich quäle dich gerade, aber jetzt komm. Du musst durch, Junge. Äh. Ihre Stimmung. Ja, tanzt alle mit. Oh, einer. Ja, 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 sie klatschen. Ja, 5000 abgeschlossen. Unaufhaltsamer Ruhm. Oh. Hast du geschafft. Ewig, du bist ewig prominent. Ernsthaft? Ja. Oh, schade, es wird nicht dargestellt. Oh, ich hab einen Punkt bekommen. Nice. Ja, komm, dann nehmen wir das. Dann kann ich dir helfen, Fähigkeiten hochzumachen. So, und jetzt. Was war denn das Einfachste? Mit dem Geld. Warte, ich kann ja mal ganz kurz, so wie du, einmal ein paar Sachen anklicken. Nur mal, um reinzugucken. Um ein paar Punkte, pff, ein paar Punkte zu bekommen. Oh. Zwei Verabredungen haben. Vermögen. Ja, hier müsste ich was... Alter, 9000. Da, ich hab 90k verdient. Aha. Schauspieler, ach so. Oh, Sport müsstest du doch auch was machen. Ah, ja, ja, da will ich zum Schluss eigentlich hin. Aber jetzt seh ich gerade Schauspieler, da könnte ich noch einiges machen. Moment mal. Zwei Stunden Musik hören, what? Warte mal. Das hab ich doch instant. Musik hören. Siehst du irgendwo ne Anlage? Ah, da. Da. Einschalten. Kinderkanal natürlich, das ist was für mich. Obwohl Kinderkanal zählt ja vielleicht, ja, obwohl doch eigentlich schon, ne? Ist dann Kindersong, ne? Ja, da steht hier sogar nächstes Lied. Zack. Ja, sehr gut. Oh, ja. Eine Stunde ein Instrument spielen, wenn inspiriert. Okay, das lassen wir mal. Und jetzt. Flop. Was? Ach. Nein. Ich dachte, ich kriege jetzt so richtig viel. Aber das dachtest du auch, oder? Kommen Sie ehrlich. Ja, dachte ich auch. Aber du bist halt einfach kein krasser Bodybuilder. Doch, bin ich. Sieh's jetzt gleich. Ich geh nur eine Sekunde da rein. Das ist echt mein Tag der Bedürfnisse. Und er quält sich auch die ganze Zeit. Er will seit 100 Stunden einfach nur ins Bett. Aber nee. Du wirst in deinem Leben kein Bett mehr sehen. Ich glaube nicht, dass er hier... Auf jeden Fall. Schweres Gewicht hier. Oder muss er nur einmal da ran? Stimmt. Ja, muss er echt. Das steht ja nicht irgendwie mit Stunden oder so. Na komm. Ja. Alter, direkt 10.000. Cool. Eine Stunde bis an die Grenzen gehen. Ja, das schaffe ich aber. Ja, ist aber auch nicht so viel. Aber du hast ja 10.000. Ja. Und niemals erschöpft. Ja. Ja, bitte. Oh, ist das schön. Ich hab's geschafft. Ja. Ab nach Hause. Gut. Dann ins Bett. Ach komm, geh erst auf Toilette. Mann, jetzt sind die ganzen Leute in unserem Haus. Hä, warum? Nee, das sehe ich nicht. Ja, natürlich, weil du die ganze Zeit irgendwo hingegangen bist. Okay. Es wird Zeit. Du hast recht. Du hast einfach recht. Der Keller? Der Keller. Und zwar... Halleluja. Endlich. Es ist Weihnachten. Wo soll ich denn die Treppe hinbauen? Ich wäre dafür, das Ehe so am Rand zu machen oder so. Nein, in das Zimmer. In das Zimmer? Ja. Okay. Na gut. Dann brauche ich wohl eine Treppe. Alter, wie tief geht das denn bitte? Nee, dann brauche ich echt erst einen Raum, glaube ich. Da kann man sich das irgendwie merken. Hier müsste es sein. Da. Kannst du ja auch erst mal einen großen Raum machen oder den da verkleinern. Das stimmt. Einmal drehen bitte. Zack. Und. Ah, fast. Nee, 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 nee. Also wenn, dann schon richtig an den Rand. Und dann hatten wir doch damals bei dem ersten Keller bei Sims. Nee, wir hatten ein paar Räume. Ja. Ja, was heißt ein paar? Eigentlich nur einen noch. Und zwar den, wo die eingesperrt sind. Hier. Dann eine Lampe eventuell. Ach. Ja, wir sind ja keine Barbaren. Nee, ähm, nee. Nee. Also ich fühle halt, dass es denen da unten auch ein bisschen gut geht, ne? Und es sind auch keine günstigen Geräte, die wir da hinten stellen. Wir haben halt einen gewissen Anspruch. Auch beim Einsperren der Menschen. Dann noch so eine richtige Kerker-Tür vielleicht. Gab es sowas nicht? Da. Da, 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 da. Mittelalterlicher Eingang. Der ist schön. Das ist richtig schön. So, und dann noch, weil ich ja auch, wie gesagt, einfach nicht will, dass die da ganz am Arsch sind, ähm, gönne ich denen einen Holzboden. Ja. Leute, ich hab ein Geschenk für euch. Und Jade ist ja was Besonderes. Deswegen darf sie ruhig da oben bleiben. Stopp. Abschließen für jeden außer Manual. Aber da fehlt doch wer. Hä? Nee, es waren doch fünf. Ja, aber es sind vier. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Der fehlt. Walsh. Ja. Den hab ich aber noch nie gesehen. Ich auch nicht. Zutritt gestatten für... Hier, Walsh, du darfst einmal da rein. Hier, ich zeig dir was. Genau, und jetzt, ähm, wirst du ja nicht mal rauskommen. Deine Tapete. Was? Ja, klar. Hier so richtig schön abgeranzt. Alter, tut das schon fast weh. Ja, dann bis bald, Leute, ne? Ah, ist das schön. Endlich Stille. Ja, stimmt. Außer hier. Ja. Hey! Manual. Ja, klar, ne? Das bin ich. Er hat schon ein bisschen Schuldgefühle. Warum? Weiß ich nicht. Mein letzter Schlaf. Oh, ist das schön. Hä, bin ich gekocht? Sag mal, dann ist es doch auch. Ist sehr dumm. Hä? Bailey? Orange? Was wollen die hier? Ich hab keine Ahnung. Oh, guck mal, geh ich grad zur Arbeit? Ja. Du bist Koch. Oh. Geldmangel. Endlich ist die Schicht von Aslak zu Ende, aber er kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld. Aslak weiß, dass es nicht an ihm liegt und muss sich entscheiden, ob er den Kollegen meldet oder den Mund hält. Kollegen melden. Aslak ist keine Snitch. Nein. Okay. Unthalten. Nein. Den Kollegen packt das schlechte Gewissen. Aslak erhält eine Entschuldigung und das Versprechen, dass beim nächsten Mal besser aufgepasst wird. Nee. Ja, hä? Dann wärst du deine Snitch deinem Arbeitgeber gegenüber. Ja, aber der Arbeitgeber, ich arbeite ja bei McDonalds. Ach so. Der hat ja genügend. Und dann ist es okay, den zu beklauen oder was? Nein, es ist nicht in Ordnung, aber ich bin auch keine Pätze. Na, schauen wir doch. Ja, weil du mich dazu einer gemacht hast. Nee. Also den schutze ich mich an. Das war ein Unfall. Pätze, Pätze, Pätze. Erstmal den Briefkast verkaufen nach dem Schock. Man kann da leicht in den Keller reingucken. Gefällt mir. Schade, dass sie nicht genau hier stehen. Ich wette, man wird die dann sehen. Stimmt, ja, man müsste da die Band dann irgendwie wegmachen. Oh, Billy ist alt. Das sehe ich jetzt erst. Das ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Nee. Ja, für mich strahlt er einfach was ganz Spitzmäßiges aus, der Typ. Miko ist älter geworden. Oh Gott, wie sieht die denn jetzt aus? Ehh. Vor allem so eine... Ja, das passt ja. Ach, Miko. Du geiles Snitch. Danke für dein ganzes Geld übrigens, ne? Okay. Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung. Da sind wir beide sowie auch die Playlist verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.